Verlorenes Wissen. Magie und Technologie im alten Ägypten. Shit, miese Ägypten-Mystik, bro. Nicht? Diese Substanz solle sich aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft und einem fünften Element der geistigen Seelensubstanz Quintessenz zusammengesetzt haben. Der Stein gilt seitdem als verschollen und Alchemiker haben immer wieder versucht, diese Substanz künstlich herzustellen. Der Legende nach liegt der Stein irgendwo in Ägypten begraben, um die Menschen von seinen übernatürlichen Kräften fernzuhalten. Krass. An dieser Stelle wurde es sicher komisch für einige. Nee, nee, wir sind miese Mystiker, für uns ist das ein normaler Talk hier, aber feier ich. Bis zum Jahre 2030 erwarten Experten einen Moment, den sie als technologische Singularität bezeichnen, wo die Rechenleistung künstlicher Intelligenzen, die der gesamten Menschheit um den Faktor einer Milliarde, übersteigen wird. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen und Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Kalorenes Wissen. Magie und Technologie im alten Ägypten. Miese Ägypten-Recherche von Norman Investigativ. Eins von wenigen Videos von Norman, die wir uns, glaube ich, noch nicht reingezogen haben. Deswegen habe ich auf jeden Fall Bock drauf und bin gespannt. Wir vermissen dich, Norman. Falls du das auf irgendeinem Wege hier sehen wirst, dann komm bitte zurück. Wir brauchen mehr Schwurbel-Content von Norman Investigativ. Es kann auch nicht sein, dass du einfach von der Bildfläche verschwindest. So einfach so lässt du uns hier alleine. Also komm wieder back, Bro. Lass einen Daumen nach oben da, schreib ein Kommentarchen, abonniert den Kanal, meine lieben Freunde. Peter geht los, Digi. Und los. Miese Ägypten-Mystik, Bro. Wir sind da. Aluhüte rauf. Verlorenes Wissen, Magie und Technologie im alten Ägypten. Willkommen bei Norman Investigativ. Tagschön. Bester Mann. Unsere Mythen und Legenden stecken voller sagenhafter Objekte. Da gibt es Masken, die Superkräfte verleihen. Mäntel, die unsichtbar machen. Verschlossene Höhleneingänge, die auf Sprachbefehle reagieren. Und Wunderlampen, die bei Berührung einen Geist in den Raum projizieren. Der ist der Geilste, der mit seiner Gestik hat. Der ist schön, der ist der beste Wunder. In den Ägypten sollen sogar Kristalle besessen haben, in denen nicht nur das gesamte Wissen der Welt gespeichert war. Diese Kristalle sollen sogar fähig gewesen sein, Materie zu replizieren. Alles nur Märchen? Nach heutigem Stand der Erkenntnis wirkt das alles wie Hochtechnologie und darum geht es in diesem Video. Wir werden mit den Mythen aufräumen und eine Neuinterpretation alter Erzählungen nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wagen. Wir starten unsere Serie mit dem legendären Stein der Weisen, der auch mit den Smaragdtafeln des Todes erwähnt wird. Ägypten, 3000 v. Chr. Hier soll er gelebt haben, der Hermes Trismegistus, auch bekannt als Tod, ein ägyptischer Gott der Wissenschaft und Magie. Er war wohlmöglich ein Langschädel, der oft mit einem Ibiskopf dargestellt wurde. Der Legende nachbrachte Toten nicht nur Wissen und Erkenntnis in die Welt, sondern auch Sprache und Schrift und somit die Zivilisation. Tod war ein Magier und alleine durch seine Gedanken und Worte sollen sich Dinge materialisiert haben. Dabei nutzte er offenbar eine Smaragdgrüne Substanz, die ihm diese übernatürlichen Fähigkeiten verlieh. Ich füge Grün. Ich glaube Grün ist mittlerweile meine Lieblingsfarbe sogar. Diese Substanz solle sich aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft und einem fünften Element der geistigen Seelensubstanz Quintessenz zusammengesetzt haben. Quintessenz der Nenner, oder so ein grüner Kristall, wird mich den, glaube ich. In einer der ältesten Aufzeichnungen heißt es, dieser Stein, der kein Stein ist, dieses kostbare Ding, das ohne Wert ist, dieses mehrgestaltige Ding, das keine Form besitzt, dieses unbekannte Ding, das, bitte seine Stimme verstellt, oder Nomi, Vibes, Bro, I Love You, wieder kennt. Bekannt wurde diese Substanz im europäischen Raum als Lapis Philosopherum, als Stein der Weisen. Stein der Weisen, aha. Ich brauche so einen Stein, Digi. Kann man den bestellen bei Amazon? Grün ist Heilung auf allen Ebenen, vor allem für das Herz. Geil. Ich fühle mich hingezogen zur Farbe Grün. Der Stein gilt seitdem als verschollen und Alchemiker haben immer wieder versucht, diese Substanz künstlich herzustellen. Bisher vergeblich. Der Legende nach liegt der Stein irgendwo in Ägypten begraben, um die Menschen von seinen übernatürlichen Kräften fernzuhalten. Krass. Das würde auf jeden Fall auch erklären, wie die Pyramiden eventuell gebaut wurden, wenn die übernatürliche Fähigkeiten hatten durch diese Substanz mäßig, weißt du? Der Stein der Weisen. Eine Bezeichnung, die die wahre Bedeutung dieser Substanz herunterspielt. Denn statt mit einem Stein haben wir es in Wirklichkeit mit einem übernatürlichen Objekt zu tun, das aufgeladen mit mentaler Energie bei Berührung paranormale Kräfte freisetzen soll. Okay. Doch wie kommen die alten Ägypter darauf, dass sowas überhaupt möglich wäre? Was war deren Philosophie dahinter? Jeder muss das tun, was er amazing findet. Zurück zum Lapis Philosopherum, dem magischen Stein des Todes, der mit seiner mentalen Energie unser Gehirn irgendwie mit dem Universum vernetzen soll. Eine Vorstellung, die auf die ägyptische Mythologie zurückreicht, auf die Annahme, dass alles von einem universellen Geist durchdrungen sei, welcher nicht nur auf die Materie einwirke, sondern auch Bewusstsein erschaffe. Jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Crazy. Albert Einstein, Zitat Ende. Boom. Betrachten wir dazu einige Lebewesen wie Bakterien, Pflanzen, Tiere und auch uns Menschen, um diesen universellen Geist etwas besser zu verstehen? Eigentlich besteht alles nur aus toter Materie und sowas wie Leben dürfte daraus erst gar nicht Was soll das da oben rechts? Norman. Da hättest du auch mal einen vernünftigen Bodi einblenden können, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Da muss ich jetzt hier als Bodi-Kritiker schon was zu sagen, Bro. Was soll das denn? ... entstehen. Der Mensch zum Beispiel setzt sich aus folgenden Elementen zusammen. Wir sehen da eine Menge Sauerstoff, Kohlenstoff oder Wasserstoff und diese Elemente alleine beinhalten noch kein Leben. Sie würden noch nichts zum Leben erwecken, würden wir all diese Substanzen in einen Topf werfen und umrühren. Ist so? Zusammensetzung des Menschen, krass. Erst die richtige Kombination scheint der Materie Leben einzuhauchen und sowas wie Bewusstsein und Geist zu erschaffen, wobei der Geist nach ägyptischer Mythologie bei Voraussetzung von außen in die Materie einfährt. Ohne die Seele geht nichts. Da kannst du zusammensetzen, wie du möchtest. Das ist wahrscheinlich auch das, was den meisten fehlt. Die versuchen diesen grünen Stoff zu machen. Die haben vielleicht die Zutaten, die die brauchen, aber die haben die spirituelle Zutat nicht. Boah, Digga, das ist voll geil. Bro, warum kenne ich dieses Norman Video nicht? Das ist ja richtig nice. Somit hat es einen Grund, warum der hier schlauer ist als der und warum dieser wiederum intelligenter ist als der. Da ist er doch, unser Bruder Einstein. Ein Schaf. Es kommt auf die richtige Anordnung der Atome an, damit daraus ein Einstein wird. Und eine Steigerung von Einstein ist das hier, der Lapis-Philosopherum, der sich von Einstein in dem Maße unterscheidet, wie sich Einstein von einer Amöbe unterscheidet. Tschüss, einfach Einstein zu einer Amöbe gemacht, Bro. Einstein und Einstein. Ich habe gedacht, der macht jetzt ein Wortspiel mit dem Stein, alter Einstein. Das ist ein Stein. Den erhöhten Bewusstseinszustand soll dieser Stein aufgrund seiner perfekten Zusammensetzung erreichen, denn, wenn eine einfache Kombination der Materie zu dem hier führt und eine bessere zu Einstein, müsste dann nicht eine perfekte Zusammensetzung und Kombination der Elemente zu einem perfekten Geist, zu mehr Intelligenz und zu einem ebenso erhöhten Bewusstseinszustand führen? Und genau das soll dieser Stein laut Mythologie verkörpern. Damit wäre der Lapis-Philosopherum nach heutigem Verständnis als kristallines Wesen, als eine fremdartige Lebensform mit Bewusstsein und Intelligenz einzustufen. Tsch, wer glaubt, dass es so einen Stein gibt? Sei mal ehrlich, einzeln in den Chat. Welcher über telepathische Fähigkeiten verfügt und über die Quintessenz, den Menschen mit dem Universum verknüpft. Das ist bestimmt nur eine Metapher irgendwie. An dieser Stelle wurde es sicher komisch für einige, aber keine Sorge, wir... Ne, ne, wir sind miese Mystiker, für uns ist das ein normaler Talk hier, aber feier ich. Wir schriften hier nicht in die Esoterik ab. Dass Kristalle Energien und Informationen speichern können, das ist die Vorstellung der alten Mystiker und ist noch heute die Vorstellung der Esoteriker. Ich bin kein Esoteriker, ich bin ein alter Mystiker von damals. Hermes Trismegistus Vesu. Aber so ganz falsch liegen die mit dieser Vorstellung eigentlich gar nicht, denn über Kristalle mit Intelligenz und Bewusstsein, darüber spekuliert mittlerweile auch die Wissenschaft. Wir springen mal kurz von der Vergangenheit in die Zukunft. Rein da jetzt, Digga. Von der Vergangenheit in die Zukunft. Bruder, seine Gestik ist so ein Point, ne? Sag ich dir ehrlich. Außerirdische Lebensformen auf Basis von Silizium sind immer wieder Thema guter Sci-Fi und Fachliteratur. So begegnet die Enterprise in dieser Folge einer kristallinen Lebensform und versucht mit dieser irgendwie zu kommunizieren. Kristalline Lebensformen. Und im Film H.I., Künstliche Intelligenz, entwickeln sich sogar aus unseren Technologien kristalline Wesen, die die Menschheit überdauern und nach ihren Ursprüngen suchen. Solche künstlichen Intelligenzen basieren auf Computer-Code und genetischen Algorithmen, wobei das Denken dieser Wesen in Mikroprozessoren stattfindet. Ähnliche Mikroprozessoren finden wir auch in unseren Handys, Tablets und Computern verbaut. Hier haben wir einen I9-Prozessor und dieser besteht, wenn man den Deckel entfernt, aus Silizium, einem Kristall. Alle Prozessoren bestehen aus Kristallen und genau diese liefern die Rechenleistung, die benötigt wird für Programme, Spiele oder ganze Filme. Schon crazy, ne? Von einem kristallinen Gehirn aus wird auch dieser Roboter hier gesteuert. Man muss halt auch in Metaphern versuchen zu denken, weißt du? Weil es kann auch viel metaphorisch gemeint sein und nicht so eins zu eins mäßig. Die Künstliche Intelligenz ist im Jahre 2018 bereits sehr weit fortgeschritten und entwickelt sich rasant weiter. Bis zum Jahre 2030 erwarten Experten einen Moment, den sie als technologische Singularität bezeichnen. Wo die Rechenleistung künstlicher Intelligenzen, die der gesamten Menschheit um den Faktor einer Milliarde übersteigen wird. Das ist eine Frage der Zeit. Ob die Maschinen dabei auch Bewusstsein erlangen, ist bisher nicht abzuschätzen. Das ist halt die Sache, ne? Maschinen können kein Bewusstsein erlangen, oder? Was denkt ihr, können Maschinen Bewusstsein erlangen? In Zukunft eventuell irgendwann? Sondern eins, die versuchen ja schon ihre eigenen, also Leute so wie Klaus Schwab und Yuval Hararis und so, die versuchen ja schon ihr eigenes, also ihre eigenen, ihr Gehirn hochzuladen, so, weißt du? Aber wenn du dein Gehirn irgendwo hochlädst und dann in den Roboter reinlädst zum Beispiel, deine Seele geht da ja nicht mit. Also das, was du im Kern wirklich bist, was meiner Meinung nach Bewusstsein ist und Seele, das geht ja nicht mit. Und ich glaube nicht, dass... ein nicht organisch lebendes Wesen eine Seele haben kann oder sowas wie ein Bewusstsein haben kann. Glaube ich nicht. Gehe ich nicht von aus, dass das möglich ist. Ich glaube, da ist Gott dazwischen. Unsere Computer, Handys, Tablets, Notebooks, Roboter und künstliche Intelligenz. All das funktioniert nur, weil darin intelligente Kristalle verbaut sind. Sogar unsere Autos werden in Zukunft autonom fahren, weil diese intelligenten Kristalle das Fahren übernehmen werden. Das hat nichts mehr mit Esoterik oder Magie zu tun. Das ist pure Wissenschaft. Was die alten Ägypter damals in den Händen hielten, muss also kein magischer Zauberkristall gewesen sein. Es könne sich ebenso gut um missverstandene Technologie gehandelt haben, woher diese Technologie auch immer kam. Hören wir Daher nochmal etwas genauer hin, wie dieser Stein beschrieben wird. Nochmal zurück zu Tod, dem Gott des Wissens und der Magie. Mal wird er so dargestellt, mal so, so oder so. Jetzt checke ich es erst. Von dem kommen auch die hermetischen Gesetze, Digga. Ich habe gedacht, das wären zwei verschiedene, Tod und Hermes. Jetzt bei dem letzten Bild habe ich es erst gecheckt, dass das der Hermes ist, von dem die hermetischen Gesetze kommen. Durchbruch gerade. Und los. Wir kennen bereits hier, dass der Mythos um diese Person, je nach kultureller Umgebung, immer wieder kontaminiert wurde, wobei sein wahrer Ursprung eindeutig ägyptisch ist. In diesen beiden Darstellungen wird Tod in Verbindung mit den sogenannten Smarag-Tafeln gezeigt. Der Legende nach soll er auf diesen Tafeln sein geheimes Wissen hinterlassen haben, auf einer der Tafeln sogar die Anleitung zur Herstellung des Lapis-Philosopherum, den Stein der Weisen. Hier haben wir so eine Smarag-Tafel mit griechischer Einkerbung, wie sie unter Esoterikern kursiert. Da Tod ganz sicher kein Grieche war und dieser Tafel die altägyptische Perfektion fehlt, haben wir sie offenbar mit einer Imitation zu tun, zumal dieser Tafel auch die magischen Eigenschaften fehlen, die den Originalen zugesprochen werden. Die Griechen wieder, wa? Die Eigenschaften der Smarag-Tafeln werden wie folgt beschrieben. Die Tafeln bestünden aus einem grünen Kristall, welcher durch eine alchemische Transmutation erschaffen wurde. Das Material sei robust, unvergänglich und widerstandsfähig gegen alle Elemente und Substanzen. In so einem Stein sei uraltes, geheimes Wissen gespeichert. Dieser Stein soll auf Gedankenwellen reagieren, das Bewusstsein erweitern und auch die Intelligenz des Nutzers vervielfachen. Grief. Damit legen uns eine Menge Informationen vor, wobei auffällt, dass die Smarag-Tafeln genauso beschrieben werden, wie der Stein der Weisen. Beide wurden durch Transmutation erschaffen. Beide Objekte sind äußerst widerstandsfähig und resistent und beide sollen auf Gedanken des Nutzers reagieren und ihm ungeahnte Fähigkeiten vermitteln. Offensichtlich haben wir es hier mit einem und demselben Objekt zu tun, das über die Jahrhunderte über die Mythenbildung sich zu den Smarag-Tafeln des Tod und zu dem Stein der Weisen aufteilte. Mit den Mythen ist es so eine Sache. Nehmen wir sie zu ernst, landen wir bei den Esoterikern. Gehen wir mit Halbwissen ran, kommen die Alchemiker und ignorieren wir sie, entgehen uns möglicherweise verborgenes Wissen und Geheimnisse. Die Smarag-Tafeln des Tod und der Stein des Weisen könnten dasselbe Objekt gewesen sein. Doch was war es denn nun genau und woraus Bestand ist? Das dritte Klagste Gesetz besagt, Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ja, 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 also ich glaube viele, also bei vielen Erfindungen haben die Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, auch erstmal gedacht, das ist ja magisch, wo die das erste Mal ein Smartphone in der Hand hatten oder irgendwelche Sachen, die so, die so einfach technologietechnisch einfach crazy sind, so. Wie soll das denn? Das ist ja magisch. Alexa, meine Oma hat jetzt Alexa bekommen von meinem Onkel. Das ist für die auch erstmal wie Magie, wenn die sagt, Alexa, mach mal Licht an, mäßig, weißt du? ist schon was dran an dem Zitat. Wie Magie wirken auf Smartphones zumindest auf indigene Völker. So, einfach mal ein Beispiel genommen. Schwarze Steine sind das, die wie aus dem Nichts Menschen und Dinge erschaffen. schwarze Steine sind das, die wie aus dem Nichts Menschen und Dinge erschaffen. Krass. Die Magie der Smaragd-Tafeln könnte ähnlich gewesen sein. Vielleicht waren das einfach iPads, die Ghi. Ich mag Alexa nicht wirklich, ich auch nicht. antike Hochtechnologie in Form von Kristallen in den Händen der alten Ägypter. Dass Kristalle Informationen speichern und wiedergeben können, haben wir ja bereits gelernt. In all unseren Geräten sind genau solche kristallinen Einheiten verbaut. Unsere Kristalle jedoch basieren auf Silizium und das ist silbrig-Schwarz. Die Smaragd-Tafeln des Todes hingegen werden als grün beschrieben. Wie lässt sich das nun erklären? Haben wir uns geirrt und der Mythos bleibt ein Mythos? Nicht ganz. Aus Silizium bestehen nur zivile Technologien. Das, was uns hier als Hightech präsentiert wird, ist längst überholt. Ja, also es gibt auf jeden Fall Instanzen, das war auch damals so, mit dem Internet zum Beispiel, die Army, also meistens die Army und auch die Regierungen teilweise, die haben schon Technologien, die uns Fußvolk erst viel später zur Verfügung gestellt werden. Internet gab es schon länger in der Army zum Beispiel und wurde uns dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das wirklich freiwillig gewesen ist oder durch einen Leak dann auch zur Verfügung gestellt. Deswegen, die JungsInnen sind auf jeden Fall auch schon viel weiter als wir denken. Die haben schon Technologien und Sachen, die für uns unvorstellbar sind. Und die forschen auch an ganz crazy Stuff. Wir bekommen davon halt nichts mit, leider. Geheimdienste und Militärs sind da schon 30 bis 50 Jahre voraus. Bruder, ich sag was, drei Sekunden später sagt er das Gleiche, das ist heftig, das passiert mir immer wieder. Und deren Technologien basieren auf Silizium Carbid. Oh shit! An dem grünen Kristall wie die Tafeln des Tod. Fühle ich? Aus Silizium Carbid lässt sich all das herstellen, was sich auch aus Silizium herstellen lässt, mit dem Unterschied, dass Geräte auf Basis von grünem Silizium Carbid 100 Mal leistungsfähiger sind. Die heutigen Computer zum Beispiel arbeiten mit 2 bis 3 Gigahertz Prozessoren und vertragen nicht mal 90 Grad Hitze. Wir kennen das von unseren Handys, die im Sommer manchmal den Geist aufgeben. Computer auf Silizium Carbid hingegen vertragen bis zu 600 Grad Celsius und arbeiten mit unglaublichen 100 Gigahertz Prozessoren, die es offiziell noch gar nicht gibt. Krass! Da Silizium Carbid nicht nur Wärme, sondern auch radioaktive Strahlung verträgt, findet es auch Verwendung in der Raumfahrt. Zum Beispiel hier in der Parker Solar Probe Raumsonde der NASA, die bis zum Jahre 2024 in die Corona der Sonne eintauchen soll. Das ist mit normaler Elektronik nicht zu bewerkstelligen, mit Silizium Carbid schon. Silizium Carbid eignet sich wegen seinen optoelektrischen Eigenschaften auch für Quantencomputer. Quantencomputer bedeutet, wenn das hier ein normaler PC ist und das hier bereits ein 100 Mal schnellerer Silizium Carbid Computer, dann wäre ein Quantencomputer ebenfalls auf Basis von Silizium Carbid eine Milliarde Mal schneller. Die gibt es schon, oder, die Quantencomputer? Wohlgemerkt, alles auf Basis dieses grünen Kristalls, der von seinen physikalischen Eigenschaften rein zufällig genauso beschrieben wird wie diesem ragtafelndes Tod. Gibt es nicht offiziell, aber gibt es inoffiziell safe schon diese Quantencomputer? Quantum System One, Deutschlands erster Quantencomputer, kostet 11.621 Euro Monatsmiete. Monatsmiete, Digga! Deus sagt nein. Bruder, jetzt hier. Monatsmieterin, Alter. Die Kanzlerin nennt ihn ein Aushängeschild des Technologiestandards Deutschland. Dabei wurde der nun in Eningen eingeweihte Quantencomputer in den USA entwickelt. Immerhin deutsche Firmen sollen ihn benutzen. Pandemie bedingt ein halbes Jahr später, als ursprünglich geplant haben IBM, Europe und die Fraunhofer Gesellschaft am Dienstag den ersten Quantencomputer auf deutschem Boden offiziell eingeweiht. Das Modell IBM Quantum System One ist in Einhängen bei Stuttgart, soll Europas leistungsstärkster Quantencomputer im industriellen Kontext in Europa sein, Digga. Mit seinen 27 Qubits gehört es zwar nicht zu den derzeit stärksten Systemen der Welt, aber IBM, Europe... Krass, Digga. Quantencomputer, ey, den Mann, Alter. Wann war das 2021, Digi? Bruder, jetzt, was ist das, Digga? What the fuck, Bro? Hier. D-Wave liefert Quantencomputer mit 2000 Qubits für 15 Millionen US-Dollar aus. Was für eine krasse Scheiße, Bruder. Da müsste man... Ey, es gibt so viele Sachen, die man so heftig studieren kann, ne? Beweis erbracht, Googles Quantencomputer deklassiert das Supercomputer, heiße Ohnein. Wild. 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 Nochmal zurück zur aktuellen Technologie. Auf unseren Geräten laufen bereits künstliche Intelligenzen wie Alexa, Google Home oder Siri. Stellen wir denen mal kurz eine Frage. Siri? Wann geht die Welt unter? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Dann könnten wir einen letzten wunderschönen Tag miteinander verbringen, mit Eiscreme und einem Spaziergang im Sonnenuntergang. Das hat die nicht gesagt. Hallo Siri. Wie wir sehen, hat diese künstliche Intelligenz meine Frage nicht nur verstanden, sondern auch noch humorvoll beantwortet. Und nun stellen wir uns vor, so eine künstliche Intelligenz liefe auf einem Quantencomputer, der eine Milliarde Mal... Geil, den habe ich eben gesehen. Quantencomputing. Das stand 2018. ...leistungsfähiger ist. Wir hätten eine Superintelligenz und genau sowas wird kommen. In der Größe eines grünen Tablets. Superintelligente Computer in der Größe eines handlichen Tablets. Das werden wir noch alle erleben. Aber... ...gab es sowas schon in der Antike? Was immer die Smaragdtafeln des Tod oder der Stein der Weisen sind oder waren? Alle haben danach gesucht. Und mit alle meine ich Geheimbünde, Geheimdienste, Archäologen, Mystiker, ja sogar berühmte Physiker wie Isaac Newton. Denn er wusste, hinter Magie... 400 Leute bei YouTube, ich küss euer Herz, 400 Schwurbleib in mir ein Alter. Lasst Daumen nach oben da, mein Lieben, Freunde. I love you. ...muss nicht immer Magie stecken. Sir Isaac Newton, der Entdecker der Gravitation, war nicht nur ein begnadeter Physiker, insgeheim befasste er sich auch mit der Alchemie und war auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Isaac. Auf der Suche waren auch die Rosenkreuzer, Freimaurer und die Hermetiker. Sie alle wollten das antike Wissen dieser Kristalle vor den Scharlatanen dieser Welt retten. Auch deutsche Bruderschaften waren hinter den magischen Kristallen her, so auch der Begründer der modernen Ägyptologie, Karl Richard von Lepsius. Der damalige Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. beauftragte ihn höchstpersönlich, den Nil bis hinauf nach Äthiopien, nach altägyptischen Artefakten abzusuchen und alles Wichtige aufzuzeichnen oder, wenn möglich, mitzunehmen. Äthiopien wild, ne? ...nehmen. Lepsius entdeckte während seiner Expedition unter anderem die geheimnisvolle Barker-Pyramide, die auch als die unvollendete Pyramide bekannt ist. Meint ihr, es gibt Leute, die den Stein gefunden haben eventuell auch? Und die die Magie anwenden auf uns quasi? Ein paar Bruderschaften haben das bestimmt, die Illuminaten oder so, weißt du, wie ich meine? Die haben den Shit gefunden und vielleicht ist das der Ursprung auch von dem ganzen System, in dem wir heute leben. Vielleicht machen die Magie mit uns den ganzen Tag. Magie, den Mann, Alter. Lies das Buch Aquarius. Bin nicht so die Leseratte, aber danke für den Hinweis. Hörbuch vielleicht. Existieren nur wenige fotografische Aufzeichnungen zu dieser Fundstätte, wobei das Auffällige nicht nur die massiven Granitblöcke am Boden der Konstruktion sind, sondern auch der runde Sarkophag, der in diesem Boden eingelassen wurde. Das Fundament und der Sarkophag bestehen aus demselben Material wie die Königskammer der Cheops-Pyramide. Diese Konstruktion ist nicht eindeutig zuzuordnen und von den wenigen Schriftzeichen, die angeblich am Ausgrabungsort gefunden wurden, existieren weder Gipsabdrücke noch Ausstellungsstücke, sodass an der offiziellen Geschichte gezweifelt werden muss. Doch was wurde dort wirklich gefunden? Und warum sollten uns Hermetiker und geheime Bruderschaften auch die Wahrheit darüber erzählen? Ganz offensichtlich wurde hier etwas sehr Kostbares nicht nur aufbewahrt, sondern auch versteckt. Der ideale Ort für die Sumaragd-Tafeln ist tot. Das Gelände ist heute militärisches Schwergebiet. Die Konstruktion ist zugeschüttet und eingemauert. Der Zutritt ist verboten. Echt? Oh shit. Antarktis-Vibes? Bruder, er macht einfach drei Minuten Animationen. Gleich kommen die bestimmt wieder raus. Wurden das Marktafeln des Tod oder das, was als Stein der Weisen bezeichnet wird, in diesem als unfertige Pyramide bezeichneten Konstrukt versteckt? Und wenn ja, von wem? Wurden die Steine bereits gefunden? Wie denkt ihr über diese Theorie? Ich freue mich über jede Meinung, die ihr hier in den Kommentaren hinterlassen dürft. Bitte liked dieses Video, wenn euch das Thema gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Voll. Ihr könnt das Projekt Norman Investigativ auch durch eine kleine Spende unterstützen. Den Link dazu findet ihr auf meinem Kanal oder in der Beschreibung zu diesem Video. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns. Der war schon ein kleiner Playboy, ne, der Norman? Der hat schon Sprike gehabt, Bruder. Der macht so oft. Der macht, der Bruder. Der war früher im Club wahrscheinlich auch wild unterwegs, der Cousin. Mit Dance-Moves und so. Bester Mann, ich schwöre dir. Geiles Video auf jeden Fall. Liebe geht raus an Norman. Warum habe ich dieses Video noch gar nicht gesehen? Warum nicht? Auf jeden Fall schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich fand das echt eine spannende Geschichte auf jeden Fall mit diesen Smarag-Tafeln. Ich liebe euch. War mal wieder eine gute Recherche. Auch funny und so. Norman, I love you. Community, I love you. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. 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 Gen.